die große preisfrage ist natürlich was bedeutet denn wir haben unseren automaten vollständig getestet wie würden wir das machen und da können wir uns überlegen wir haben jeden zustand einmal durchlaufen oder jede fahrt einmal trafasiert und das würde ich ihnen jetzt mit der unit an unserem beispiel vorführen so dass wir dann würde ich den automaten einmal vollständig durch getestet haben auf nach der unit hier sehen sie die klasse employee die hatte im letzten video ein entwurfsfehler und zwar oder eine eine inkonsistenz und zwar habe ich ja hier eine funktion gebaut next state und die krechten symbol übergeben und ich habe hier auch eine geld methode für den karen state das heißt in der öffentlichen schnittstelle sind state und symbol mit drin und ich hatte die hier aber privat gemacht und da kann man die nicht testen und das heißt so fehler im api finden sie eigentlich relativ schnell raus wenn sie anfangen die ersten unit test zu machen also bevor ihre kollegen sich über sie ärgern ist es also gut alleine zur eigenen qualitätssicherung des eigenen apis test treiber zu schreiben also ist mir hier auch passiert in dem demo video also das heißt den fehler noch müssen wir noch korrigieren also beides public und jetzt versuchen wir mal ein testfall zu machen ich habe das hier schon mal vorbereitet man kann sich ja von java das ding einfach generieren lassen indem man ich glaube alt return drückt also klassennamen markiert alt return drückt und bietet einem an create test case haben wir schon gemacht und ich habe mir hier so ein paar test bibliotheken besorgt ich finde die ganz hübsch deswegen zeige ich sie ihnen dass ich habe hier noch mal zwei statische importe hinzugefügt also bevor ich mich jetzt verhaspel während des videos habe ich dir jetzt einfach schon mal vorweg eingebaut und zwar hätte ich gerne das ist ja das gibt so ein paar sprechendere asserts von hamcrest hamcrest ist einfach eine bibliothek die habe ich zusätzlich eingebaut in die gradle properties und ich verwende hier so ein matcher das equal to und würde jetzt anfangen damit den ersten testfall zu schreiben das heißt wie nennen wir den mal weit test absennt das ist unser startzustand ist ja absennt und jetzt müssen wir irgendwie schauen wie das ding auszusehen hat und es muss eine systematik überlegen wie könnte so ein systematischer test aussehen wie müsste man das machen wie sollten wir vorgehen wir können es nicht ziel jahren von der unit test cases machen wir können auch nicht zwei machen oder so also die test branch coverage hat mich relativ leicht erreicht von der klasse employee aber das ist es vielleicht noch nicht eigentlich wollen wir feststellen ob unser automat korrekt ist also wie kriegen wir das angestellt dass wir den automaten korrekt abradeln dazu schauen muss die automaten noch mal und überlegen uns jetzt meine strategie so wenn es war scharf auf den automaten schauen könnte man sich hier zwei verschiedene strategien überlegen wie man vollständigkeitsmaß des tests definieren kann ich könnte überlegen naja ich mache testfälle so dass jeder zustand einmal durchlaufen worden ist das ist da reicht ein testfall ich starte gibt ihm einmal left einmal right und dann noch mal left und dann habe ich hier zustand einmal besucht also das könnte so ein erstes vollständigkeitsmaß sein also jeder zustand einmal besucht ich kann natürlich auch überlegen ich will jede kante einmal traversiert haben also das ist natürlich dann ist der dann ist der automat vollständig durchlaufen weil natürlich jeder zustandsübergang einmal durchgeführt wurde und andere zustandsübergänge gibt es da nicht das ist das wahrscheinlich ein vernünftigeres vollständigkeitsmaß also das heißt ja und jetzt können wir uns dann überlegen wenn wir jetzt alle kanten einmal durchlaufen haben wollen wie könnte man das machen ich blöd ist ja ich kann den automaten nicht in dem zustand passisch initialisieren so dass ich sage ich mache test case wo der gleiche zustand passisch ist und da sage ich na dann machen wir jetzt hier mal von passisch aus alle zustandsübergänge oder sowas dann ich muss ja immer vom starzustand das ist bei mir apps sind hier starten und also von apps sind auf pfade durchlaufen also ist so breiten suche vielleicht keine gute strategie vielleicht können wir lieber tiefen suche machen also wir probeln uns von apps sind durch und versuchen da sozusagen bis zum also einen knoten zu erreichen wo es einfach nicht mehr weitergeht und wenn wir das erreicht haben gehen wir wieder hoch und machen da die anderen möglichen fahrt also wir machen als strategie machen jetzt tiefen suche das heißt man könnte jetzt überlegen naja also als ersten testfall ich mache hier den testfall der mit apps startet und dann zum beispiel nach error läuft kriegt apps sind und macht dann reit und landet an den error das und das programmieren wir jetzt einfach die ist diese travisierung also ich habe hier test apps sind was mache ich jetzt ich mache mir neuer auf das ist ja die klasse nicht testen mit employee und da will ich jetzt verstehen der müsste jetzt ja im startzustand sein das wäre so das erste was ich machen könnte jetzt kommt mein tolles erstwert hier zu tragen das heißt das finde ich einfach schöner in der schreibung weil man es so zwischen runter lesen kann das ist ein bisschen sperriger das hat das kommt jetzt aus hemmen kräft und da sage ich jetzt die punkt karen stage das und darunter stelle ich jetzt mal das soll jetzt das gleiche sein wie der startzustand apps sind und da gibt es jetzt diesen hemmen kräften presse matcher equal to sie sich hier und dann sage ich hier steht punkt also das heißt jetzt kann ich nämlich runter lesen nehme an dass der karen state genau das gleiche ist wie absent und das kann man schon runter lesen und da gibt es weitere schöne matcher bei hemcrest deswegen lohnt sich das einzubauen und der unit fünf hat jetzt die schnittstelle zu hemcrest ein bisschen versäubert das muss hemcrest jetzt eigenständig inkludieren in die gradle properties natürlich also dass er die bibliothek runter lädt aber die ist dann sozusagen dran geflanscht an das der unit 5 also ist beides für sich nützlich so ich lasse jetzt mal meinen tollen test case gleich mal mit dem coverage laufen wir schauen mal was wir gecovert coverage haben denn damit also vielleicht ist ja die klasse employee schon vollständig getestet damit also starten wir das mal run with coverage also stellen wir mal fest erstmal ist es der testfall durchgelaufen wir haben ihn bestanden das heißt unsere zustandsmaschine ist offensichtlich tatsächlich im zustand absent war ja auch nicht anders zu erwarten ist ja relativ trivialer gut schauen wir uns die klasse employee mal an was ist jetzt getestet worden von employee ich habe das ja mit coverage laufen lassen also den state hat er getestet die transition table hat er angeblich verwendet er hat sie initialisiert natürlich deswegen ist es durchlaufen konstruktor ist natürlich gelaufen worden und wir haben den zustandsübergang nicht also das heißt was wir jetzt als nächstes machen müssten damit dann und dann haben wir haben im grunde schon komplette branch coverage und das ist da wir ja kein if oder sowas haben das gleiche wie die line coverage also die hätten wir schon zu 100 prozent erreicht wenn wir jetzt noch einen zustandsübergang machen machen wir das mal und dann wären wir im grunde bei nach den standardmaßen aus dem software test schon fertig sind uns aber bewusst dass wir natürlich ein automat noch nicht ganz getestet haben ich hatte ja gesagt ja was was kann man jetzt machen ich bin im zustand absent und wenn ich jetzt den rechten sind soll ich laufen bin ich im zustand error das hatte ich ihnen ja gerade gezeigt also modellieren wir das jetzt mal das heißt ich sage jetzt hier punkt next state und er kriegt jetzt ein symbol jetzt bereit sind bereit übergeben nach unserem zustandsübergangs modell müsste der dann im zustand error sein schauen wir uns das noch mal ganz kurz auf dem zustandsübergangs diagramm an nicht dass ich ihn der ritzel erzähle also ich bin im zustand absent kirchen weit und geht dann im zustand error ist ja die hypothese können wir hier sehen apps sind kriechen weit und bin im error und da wir so sagen ja tiefe suche machen können wir es hier vielleicht auch gleich noch die beiden sachen mit testen left und right und dann haben wir sozusagen ein fahrt bis zur erschöpfung getestet aus error kommen wir nie wieder raus ergänzen wir das vielleicht gleich noch mal das ist jetzt natürlich ein bisschen einfach um das video zu verkürzen natürlich müsste also nach nach der reinen lehre müsste man jetzt hier eigentlich jedes mal jedes mal noch mal die testwahl durchlaufen lassen das wird jetzt aber zu lange dauern und man muss auch diskutieren ist ist das jetzt test absent ist die methode eventuell zu groß schon also ist so eine grundregel lautet eigentlich ein es hört protestmethode damit sie nachher wenn ein test fall durchfällt gut sehen können an welcher stelle hinkst denn jetzt also das haben wir hier so ein bisschen ein bisschen zusammengefasst um das video zu verkürzen bei diesem faden durch den ähnlichen automaten wird das aber eventuell auch schwierig das jetzt so automat zu machen das insofern ist das was sie hier sehen eine art kompromiss soll ich nähte es noch mal um den ich jetzt nicht test absenzen sondern test absenzen zu werden weil ich glaube hier sozusagen von absenzen nach error durch und jetzt hoffen mal dass das ding korrekt durchläuft und ich lasse ihn auch wieder mit coverage laufen damit wir uns das mal gleich angucken können wie weit wir es gekommen sind müssen coverage maßen schauen wir mal rein jetzt sehen wir aber schon da ich jetzt einen zustandsübergang gemacht habe ich scroll mal durch ist unsere klasse employee jetzt vollständig getestet ist alles grün das heißt also nach der wenn man nur nach coverage maßen gehen würden wenn wir jetzt fertig aber wenn wir unseren automaten anschauen sind wir nicht fertig sie sehen ja hier ich habe hier eine ganzen ganzen berg nicht getestet also paar zustände und nicht durchlaufen und und schon gar nicht alle zustandsübergänge gemacht also das heißt vielleicht als die lehrer die wir jetzt schon mal vorab ziehen können also wenn ich jetzt eine 100 prozent line coverage habe oder eine 100 prozent branche coverage heißt das noch nicht dass das gesamte verhalten getestet ist schon gar nicht dass es verifiziert wurde das das merken wir erst an den an den es hört so ist also man muss weiter machen jetzt wollen wir den rest vom automaten durchlaufen ist überlegen uns hier sozusagen zweiten test fall was könnte man tun man könnte jetzt von apps sind wieder tiefen suche machen nach passage nach präsent und dann nach error dann haben wir sozusagen da auch wieder alle pfade durchlaufen und auch aus error kommen wir nicht wieder raus das könnte also sagen so zweiter test fahrt sein apps in passage present error und dann haben man zweiten fahrt durchlaufen in der tiefen suche machen wir das mal zweiter test fallen ich kopiere hier teile einfach dann um ihn ist die um dass sie jetzt nicht beim tippen zu sehen lassen zu müssen das heißt jetzt machen wir test apps sind zu präsent machen vielleicht mal das zu präsent zu er und machen das machen jetzt mal die zustandsübergänge in diese richtung das heißt jetzt müssen wir den automaten anschauen wo müssen wir lang das heißt hier nach der systematik jetzt zuerst war der weit abgebogen das heißt wir müssen im zweiten festfall nach left abbiegen und wenn man nach left abgebogen sind dann landen wir im zustand passage sehen sie hier an dem beispiel ich bin nach left abgebogen bin passisch bier dann reit ab und bin im präsent nächster schritt ich gebe dann bin ich im präsent so wenn ich jetzt noch mal reit eingeben dann bin ich wahrscheinlich ich bin ich bin bin ich im präsent bin und dann left eingebe dann bin ich im error genau und schon haben wir den den zweiten test fall durch jetzt lassen wir das mal wieder laufen wie es ohne coverage maß also weit wir haben jetzt 100 prozent coverage lassen die alle test mal laufen und hoffen dass es durchläuft also da sind wir jetzt wieder ganz bis zum ende durch das heißt jetzt haben wir sozusagen auch da uns wieder so lange durchgekämpft bis es sich mehr weiter ging left right left so jetzt wäre der nächste test war jetzt müssen wir gucken wo müssen wir jetzt als nächstes richtig abbiegen das heißt jetzt haben wir sozusagen hier auch weiter navigiert das heißt jetzt gehen wir von apps sind nach passage haben wir schon also die beiden fahre sind schon durchlaufen was fehlt ist jetzt dieser rückfahrt nach apps sind und was uns noch fehlt ist der rückfahrt von präsent nach message um jetzt den hier den implementierungsaufwand einzusparen mache ich das jetzt einfach mal in einem test fall das heißt man könnte sagen ich gehe von apps sind nach präsent von präsent präsent wieder zurück nach message und wieder zurück nach apps sind dann haben wir sozusagen wirklich alle kanten einmal durchlaufen und damit haben wir den automaten vollständig getestet wollen wir das noch zum schluss ein ist jetzt nicht mehr so hyperspannend man kann dieses verfahren noch ein bisschen schöner systematischer machen also letzten endes machen sie breitsuche oder tiefen suche und basteln dann entlang dieser breiten beziehungsweise tiefen suche halt ihre testfahne zusammen der tiefen suche ist vielleicht ein bisschen hübscher weil weil sie dann einfach längere fahne kriegen sondern machen wir noch mal einen letzten test fall absenthu absenth nenne ich den mal so also was will ich ich will nach präsent nach präsent präsent nach präsent und dann will ich wieder zurücklaufen right left das heißt ich krieg da wieder ein weit bin bei von präsent wieder per passage und dann kriege ich noch ein left ich noch ein left und dann bin ich wieder in absent so jetzt haben wir alle kanten durchlaufen jetzt kann man ich starte die sich jetzt halber noch mal mit drei testmethoden aber das war es dann wie man systematisch jetzt mit dem test endlich automaten umgeht lernen sie mit sicherheit in gesonderten vorlesungen noch mal systematischer als ich ihnen das hier zeigen kann also wir haben eine vorlesung sicherheitskritische systeme da kommt das sicher vor und wir haben im master eine veranstaltung noch mal genau zur softwarequalitätssicherung also da erfahren sie dann alle details und mehr systematik als ich ihnen jetzt zeigen konnte aber sie sehen also mein zeug hat funktioniert wir sind jetzt bei 100 prozent coverage und haben den automaten ist einmal komplett durchgerüttelt und damit sind wir jetzt ziemlich sicher dass der auch vollständig und korrekt funktioniert vielen dank für die aufmerksamkeit bis hierher